Können Mauern uns etwas erzählen? Kann ein Haus erwachen in der Nacht? Kann es uns mit tausend Fragen quälen? Schätze lüten unter seinem Dach? Ja, das gibt's, ey, glaube mir, denn ich hab selbst erlebt. Komm ins Haus Anubis, folge mir, ich kenn den Weg. Das Haus Anubis. Das Haus Anubis. Das Haus Anubis. Das Haus Anubis. Sag mir, kann ich ihm denn wirklich trauen? Ist es in der Not ein guter Freund? Kann ich auf die stummen Mauern bauen? Nichts im Haus Anubis ist, wie's scheint. Ja, das klingt schon fast verrückt, doch ich hab selbst erlebt. Komm ins Haus Anubis, folge mir, ich kenn den Weg. Das Haus Anubis. Wer gewinnt und wer verliert das Spiel und die Gefahr? Wird es je ganz aufgeklärt? Wir sind der Lösung nah. Das Haus Anubis. 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 Das Haus Anubis.